Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo die schönsten Menschen vom Planeten Erde und falls ihr, so wie immer, aus dem Weltall zugucken solltet, auch aus dem Weltall eingeschaltet haben. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid, Freunde. Wir werden heute endlich rein bei Selimit Cabriolet. Da haben wir ja schon vor zwei Wochen in die Hörprobe reingehört, die mich sehr gecatcht hat. Ich hab mich sehr gefreut, wieder neue Musik von ihr zu haben. Und gerade, weil ich in den letzten Wochen echt wieder auf ihrer EP festgehangen bin und Blue Jeans bei mir rauf und runter wieder läuft. Und ich erst vor ein paar Wochen, vor einer, drei Wochen glaube ich oder so, hab ich erst gecheckt, wie geil sie mit den ganzen Farben spielt im Track Blue Jeans. Sie sagt sowas wie, grüne Blüten in der Blue Jeans und dann, keine Ahnung, gelbe Briefe von der Polizei und lila irgendwas. Sie sagt ganz viele Farben und das ist mir erst später aufgefallen, dass sie so viele Farben nennt. Und ja, deswegen keine Ahnung. Rote Rosen für Mom oder so sagt sie auch noch, deswegen keine Ahnung. Ist mir erst aufgefallen, wie gut dieser Track ist. Anyways, wir werden jetzt rein bei Cabriolet. Ich freue mich sehr. Danke sehr, dass ihr am Start seid. Danke an jeden, der immer kommentiert und liked. Ich sehe das alles. Und auch die ganzen Insta-DMs beantworte ich alle. Deswegen vielen Dank dafür. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ihr seid alle ziemlich cool. Okay. Let's go. Wow. Wow. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe so ein Ohrwurm gehabt schon seit dieser Hörprobe davon. Jetzt kann man das endlich hören. Mehr Sommer geht doch gar nicht. Mehr Sommer geht doch gar nicht. Auf der Flucht vor der John und Marie. Yeah, 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 yeah. Ich schwörde, sie kriegen uns nie. Yeah, 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 yeah. Komm, dreh den Beat, meine Mutter. Wow. Uh. Hören die Serien wie Georgia. Das gibt mir voll so 2014er Radio-Vibe. Aber so positive way. Dass man denkt, oh geil, es ist Sommer. Sommer 2014 und es kommt dieses eine Lied im Radio, was sich einfach gut fühlen lässt. Und das ist der Vibe, den ich habe. Mit offenem Verdeck, Wind, blau, warm. Morgen ist heut kein Thema. Ja, das Leben schmeckt viel süßer. Lemon Cookies in den Sneakern. Pumpen unsere eigenen Liedern. Sieht auch richtig, sieht auch richtig happy aus, finde ich. Oder sieht auch richtig happy in den Musikvideos. Das freut mich voll. Und es gibt kein Problem. In der Luft liegt ein Hauch von Benzin. Von einem Karri und Leben. Aber der Born sieht jetzt aus wie Paris. Yeah, yeah, yeah. Boah, sie hat auch so eine einzigartige Stimme, ne? Es ist wirklich crazy. Also ist jetzt nichts Neues. Keine Special News jetzt, dass Celine krass singen kann. Aber sie hat so eine unfassbar einzigartige Stimme, finde ich. Yeah, 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 yeah. Ich schwöre, die sie kriegen uns nie. Yeah, 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 yeah. Kick down, wir spüren den Motor. Kipp einen Schluck auf Asphalt. Ich finde auch, dass Musikvideos ehrlich so gedreht, als ob man denken könnte, dass es halt in Frankreich oder in den US gedreht wurde. Ey, ey, hier, noch besser sogar. Lang ist es her, aber das ist ehrlich ein Poster. Das ist doch ein Poster, oder nicht? Bin ich ehrlich? Ja, bin ich. Ist ein Poster. Macht mir ein Poster, bitte. Danke. Liebe Grüße. Sorry fürs oft pausieren, das Haar wie Rosalia, Rosalia. Ich habe letztens den Mario-Film geschaut. Kann ich sehr empfehlen. Wasse blüht, der Flieder, tragt das Haar wie Rosalia. Ja, wir träumen von Sevilla. Hoff, es liegt auf dem Weg. In der Luft liegt ein Hauf von Benzin. Von einem Cabriolet. Der Badabon sieht jetzt aus wie Paris. Geil. Yeah, 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 yeah. Auf der Flucht vor der John de Marie. Yeah, 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 yeah. Ich werde dich nicht mehr sehen. Wow. Yeah, yeah, yeah. Auch so sympathisches Musikvideo. So sympathisches, relatable Musikvideo, finde ich. Yeah, versprich mir, wir halten niemals an. Ey, Avengers hat mich ruiniert. By the way, hier, nächstes Poster direkt wieder. Ey, kannst einfach einen Fotokatalog machen für jeden Monat hier aus diesem Musikvideo. Avengers hat mich ruiniert. Die Szene, wo Thor auf der Erde landet das erste Mal. und durch dieses Grasfeld geht. Äh, sieht eins zu eins so aus. Yeah, vergiss den Schmerz, solange wir fahren. Yeah, versprich mir, wir halten niemals an. Yeah, es gibt kein Problem. In der Luft liegt ein Hauf von Benzin. Von einem Cabriolet. Yeah, 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 yeah. Hit, hit, hit. Yeah, yeah, yeah. Auf der Flucht vor der John und Marie. Yeah, 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 yeah. Wow. Ja, ich schwör dir, sie kriegen uns nie. Yeah, 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 yeah. Geil. Banger. Das ist ein fucking Banger. Das ist, in meiner Opinion, einfach so ein perfekter, ähm, Radio-Sommersong. Packt ihn in eure Sommer-Playlist. Der Sommer ist nicht mehr lang. Der ist, wir haben nicht mehr lange vom Sommer. Macht's rein. Und hört das. Während ihr im Cabrio sitzt. Und fühlt euch toll. Das ist wirklich so. Ich hab die, ich hab ne kühle Brise gespürt, während ich Skirt habe hier. Ähm, ich, ich hoffe, wir kriegen mehr Output von Celine. Bitte. Beschenke uns. Mit, mit seiner Stimme. Wir brauchen es. Danke. Ähm, lasst mich eure meine gerne wissen dazu, ja. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob ihr ähnliche Sommer-Vibes habt wie ich oder nicht. Und, ähm, lasst mich auch gerne wissen, was rausgekommen ist, was wir abchecken sollen. Was ist rausgekommen, was ist gedroppt? Letzte Woche, diese Woche. Was haben wir verpasst? Was müssen wir mal anhören? Let me know. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen wunderbaren Tag habt. Ihr bleibt einfach so fresh und gut aussehend, wie immer. Dann macht ihr nichts falsch. Und dann sehen wir uns. Und, äh, ciao.